Nord? Kann ich? Äh, keine Ahnung, äh, warte ganz kurz, ja, kann Ist das Scharfschützengewehr für dich eigentlich gut? Ob, hoffentlich kann ich da ent, was? Ist das Scharfschützengewehr für dich gut eigentlich? Ob das Gewehr für dich gut ist? Ja, ja Aber ich verhobere noch ein Maschinengewehr ne ordentliche, äh, Dingsbums ne ordentliche Nahrkampfwaffe Wieso hab ich eigentlich zwei Sniper? Ne, ich hab auch zwei Sniper, eine äh, ich würd auch zwei mit haben, weißt du wieso? Ne So, stellst du doch bald mal einen Na, weil du musst doch sehen äh, die eine hat kein Visier die ist also auf Entfernung eigentlich unbrauchbar auf zu, zu weite Entfernung äh nach so einem Pfeiler Map gucken Du bist an der Ecke Ich finde, man sollte irgendwie ne kleine Minimap haben oben rechts an der Ecke oder so Ja, ok, das ist wie bei Fallout Ja, ok, das ist wie bei Fallout Ja, hier musst du dann andauernd auf die Map gucken, wo du lang musst Ach, wo, ein Alphas Gag So, dann kommt da Alphas raus So, hier an der Ecke jetzt äh, kam so immer Wow, wo fährst du denn lang? Da lang, wo wir müssen Ich sieh gar nicht mehr durch Oh, wir müssen schon wieder irgendwas Großes tröten Moffrack Wann ich? Fackeln anzünden Da Ich will zwei anzünden Ne, dann eben eine Ich glaub, dass viel kommt, sobald die alle entzündet sind Ja, ne So, jetzt, wo? Wo? Was? Oh! Ich seh's mir Level 25 Wo? Du mal nach oben Hilfe Wird der Granaten? Lord Wayne greift an Oh, den können wir ja gar nichts tun Boah Ich seh nichts Ich seh nichts Ich seh nichts Äh, kannst du mal Ich wollte gerade nur Kannst du bitte wiederkommen? Ne Ey, ey, ey Ist gegen den vielleicht die neue Snipergut? Ne hab ich gesagt Dass's kommt Wo ist der überhaupt? Au, über mir Au, 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 au Wo er weiß nicht, nicht Mean 5 ich habe eine Idee bleibt da oben auf dem Berg das kann ich nicht machen wir erst mal später weil welches Level war er? 24? 25 bei mir war da schon so ein rotes Ausrufezeugen daneben das kann nicht gut sein ist doch egal lass doch fahr ich da einfach hin wo bist du? wo ist ein Bara? wo ist ein TK hin? stimmt der hat das an beiden wieder der kann ja wieder laufen ich nehme mir mit falsch hin hä? ach ne der ist jetzt in ah der ist jetzt in seinem Haus jetzt ist da eine Waffenkiste hinten ich hab das gesehen zwei überfahren hopmelista maschine geh mal rechts geh mal rechts äh guck mal rein ich bin noch da ja komm rein ins Haus na ich will hier nur Raketenwerfer komm mal ins Haus rein ich äh äh siehst du das auch? ne gar nicht also ich glaub den können wir vergessen ich glaub der ist betrunken die KK renn mal durch die Bude und ist der irgendwie bekifft der ist tot äh ja welcher Penner er hängt sich bitte schön an den Fuß guck mal da oben er hat sich nicht hängt er wurde aufgehängt guck mal unter ihm blut ja ne das heißt wir müssen wir müssen in die Stadt würde ich sagen oder? ja was ist oh hier steht ja eine vor mir ey sag mal ist das noch passiert ich bin tot ich lebe jetzt gerade hier ich lebe jetzt gerade hier Mensch unser Auto ich bin tot ich bin tot oh hier ist ein großes Medikitt kannst du mich bitte wiederbeleben? naja ich wollte gerade Bloodwing rufen aber da war ich schon groß Wollte mal die großen Medikitts hier da liegt nahm ja der nächste Crash ist jetzt das Riesenviech äh ich würde sagen wir gehen erstmal in die Stadt weil ich glaube wir können da welche in was? ach so die Stadt was ist denn da? was ist denn da? was ist denn da? ich glaube wir können die beiden darüber informieren dass TK tot ist ja das müssen wir in New Haven New Havens abliefern der ist mehr mit dem Auto starten wir müssen taktisch an das Fiegel reingehen äh wir gehen auf den Hügel da weiß dann kann man eine bessere Schussposition auf in den Laden gibt es nur dieses Maschinengewehr denn auch dieses Schottkanz wird auch gehen der Schottkanz kann man die besser treffen der Schottkanz der Schottkanz der Schottkanz der Schottkanz was gibt es denn da für ein gewollwerk macht der schluss munition brauchst du ja nicht auf mich ich fahr dann schon mal zu dem tor von new haven wieso wir können jetzt auch das viel platt machen du hast angst vor dem piep vor den toren hier liegt eine waffe der kumpel durch die gute es wurde guck mal nach Prozent jahr da sind auch andere Flieger ex-faktor ja ich will sie schlecht dass die immer da liegt sie ja die liegt da fast immer die Läden aus dem Haus mit natürlich ich suche nach mehr schönen Waffe und jetzt und so wollen wir nun wir gucken wir in New Haven oder wie soll es äh au klappt so hey, New Haven? Bin ich doof? ähm oh, wir sind ja jetzt in Tal Headland ich wollte schon sagen haben wir da noch was? ja, hier gibt's doch ne ähm weiß nicht, wie nennt man diese Taube? schwarzes Brett war grad müssen gehört auch aua da oben gibt's doch, ist doch ein Waffen-Shop oder nicht? keine Ahnung ne ich steil einfach mal auf aber die haben auch neue Schilder was ist denn da so? also da sind Schild 259 und hier haben wir Schild 300 Level? 19 ein richtiger Arzt wenn er meine Apparate mit Ihrem Eintracht hat und Feuerstoß das nehm ich mal bumm wer Kaka macht da fragten Sie sich das fragten Sie sich das echt anfühlt wenn man von Raketen mehr vergebrochen hat da ich glaube irgendwie da fühlt man gar nichts mehr wo doch das ist gut zu weit fahren und dafür sind die Autor hier das ist gut es ist gut da gib Gas ich weiß nicht nicht, ob der Bosskampf jetzt wieder kommt Nein. Schade. Au. Hebe Gegenstände auf, die du nicht benötigst und verkauf sie im Laden, ja, wenn es... Arenen gibt es überall auf Pandora, dort kannst du organisierten Kämpfen gegen Freunde antreten. Hier gibt es einen Waffenladen. Hier, ja, ähm, hier rechts ist der Scooter, geh schon mal zum Waffenladen. Fast gleich rausgegangen, schon wieder. Wo ist er denn? Da. Äh, Säureklebegranaten, uh, wir haben Säureklebegranaten. Scooter lässt dir ausrichten, er hätte da eine Kleinigkeit, die du für ihn erledigen könntest. Du solltest ihn daraus ansprechen. Ähm. Wir haben echt jetzt Säureklebegranaten. Du auch, pack dir mal rein. Hab ich nicht. Ich hab andere Granaten. Was denn? Wohin ich grad gar nicht, wo man seichtelt läuft. Na, kommt auf. Da ist anscheinend eins von seinen Autos. Weißt du, wir suchen eins von seinen Autos. Ne, ne, shotgun. 37 mal 7 mit Säure. Was? So. Und hier ist ein Sniper für dich. 215. Ich brauch keine Ahnung. Äh, meine Sniper hat 247. Was ist denn so gut? Das war die, die, die vormt vormt noch bei der U-Kombo-Polivisier. Ach so, die Mütze. Deiner hat nur die Mütze, die Meier hat nur 265. Nein, ich nehme die Shotgun.